Prof. Dr. Yogesh Bhatisharma aus Puska empfiehlt diese Übung als seine beste. Lege eine Handfläche auf die Stirn und beginne mit sanften Fingerspitzen die Gedanken dahinter loszuklopfen. Hilf nach mit festen Klapsen der ganzen Hand und schnippe. Gehe alle Gedanken fort, die nicht dahin gehören. Wiederhole mit der anderen Seite und dann genieße einen kleinen Moment der Ruhe. Yoga ist das Zurruhe bringen der Bewegungen des Geistes. Gehe alle Gedanken, die nicht dahin gehören. Schöne alle Gedanken.